Hey, wisst ihr zufällig, ob das das Schloss Belvedere ist oder wie das heißt? Okay, aber da hinten ist doch, das ist doch Goethe Park, oder? Und habt ihr sonst noch heute Abend was vor? Ich habe nämlich ein riesen Rohr in meiner Hose. Wollt ihr es euch nicht nochmal überlegen? Damit kann man echt Spaß haben! Also wenn du Stress hast, echt absolut kein Ding. Wir sind von AstarafoTV und wir sind dafür da, den Leuten einen schönen Tag zu machen. Entschuldigung, kannst du mir mal den Ball zuwerfen? Warum? Ich will mal versuchen, dass ich den treffe. Hallo, ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie richtig wichtige und gute Arbeit machen und dass ich dafür dankbar bin. Das filmen wir vielleicht nicht jeden Tag, deswegen... Danke! Danke für die Arbeit! Danke! Das ist cool! Danke schön! Schönen Tag noch! Danke schön! 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 Schönen Tag noch! Danke schön! Wenn ihr Stress habt, ist absolut kein Problem! Wir sind von AstarafoTV und wir machen euch einen schönen Tag, wenn ihr Bock habt! Hallo! Hallo! Wir sitzen aus, weil ihr einen Kaffee habt, einen Tapozino und... Ach, das muss ich sein! Eine Sonnenbrille! Eine Sonnenbrille! Eine Sonnenbrille! Ich brauche die mal ganz kurz! Bitte schön! Danke schön! Danke schön! Ha! Mach ich mich nicht gut! Und da sieht auch noch in der gut aus, ja... Ha! Das ist cool, wenn ihr bescheiden seid. Vielleicht können wir euch ja sonst anders den Tag besuchen... Wegen... Maggie macht ein Rat für euch! Ha! 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 Ich mache jetzt noch einen schönen Stil. Ja, das muss man natürlich mal. White Stil? Alter, Whitesprites. Beste Band, du kriegst so einen Pause-Check von mir. Ohne Spaß. Mal die Whitesprites. Egal wie die aussehen. Der Kino-Mann-Pilze aussehen. Ja, wir haben beide schwarze Haare. Lang. Ja? Okay. Hier, also es muss halt einer von euch sich aufhängen. Aber ihr erwartet das nicht so viel. Jetzt muss einer von euch sich jetzt aufhängen. Also, wir haben uns entschlossen, dass Davis jetzt auch mal eine gute Tat vollbringt. Und wir haben aber festgestellt, dass er hier keinen guten Spot hat, um die Tonaufnahme da reinzumachen. So wie ich. Deswegen zieht er mein Hemd jetzt drüber an. Und dann schicken wir eben los und sagen ihm, was er sagt. Sehr geil. Ich geh hin zu dem Mädel, zu dem ersten. Auf der Bank. Der sieht so scheiße aus. Hey, hallo du. Hey, hallo du. Hey, hallo du. Ich wollte dir mal sagen, dass du echt niedlich aussiehst. Ich wollte dir mal echt sagen, dass du niedlich aussiehst. Oh, danke schön. Habe ich gerade so bemerkt. Danke, dass es dich ist. Ich finde es echt klasse, dass ich so Leute wie dich in der Stadt treffe. Ich finde es echt klasse, dass ich so Leute wie dich in der Stadt treffe. Oh, high five. Danke schön. High five. High five. Oh, warte, mach nochmal. Da sind gerade Leute durchs Bild gelaufen. Nochmal? Sag mir das. Sag mir, dass wir auch durchs Bild gelaufen sind. Cool. Wir müssen noch ein letztes high five machen, damit es zu sehen ist. Können wir noch ein high five? Noch ein letztes? Das können wir auch machen. Das ist das dritte. Ja. Geil. Danke. Und hab noch einen ganz schönen Tag. Danke. Hab noch einen ganz schönen Tag. Danke. Habe noch einen ganz schönen Tag. Danke. Dreh dich im Kreis und sag Katsching. Katsching. Was ist das du? Schau mal zur Lehrerin. Pass sie auf die Schulter und sag, sie machen das wirklich viel. Sie machen das wirklich gut. Und jetzt sagst du, ich geh jetzt und dann machst du Moonwalk nach hinten. Ich geh jetzt, okay? Und dann setz dich auf den Boden und sag, ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Und dann machst du die Krabbe nach hinten weg. Setz dich auf den Boden. Setz dich auf den Boden. Ich geh 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 auf den Boden und sagst du. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jan! Jan Stucke! Anton! Stefan! Jona! Mehr Quotequests! Was sitzt in der Ecke und klappert? Pinocchio beim Wichsen! Ich bin der Alpha Kevin! Entschuldigung, wisst ihr wie spät das ist? Oh, sorry, er hatte noch Capstock an. 8.03. Dankeschön! Warum sind deutsche Mädchen so niedlich? Sehr geil! Sehr geil! Sehr geil! Möchtest du mal an meiner Schleckerstange leckern? Nein, danke. Sehr geil! Gerne! Sehr geil! Los? Penis! Was? Was bin ich? Penis! Was bin ich? Penis! Was? Was bin ich? Was bin ich? Sehr geil! Hapa Hapa von Papa Napa! Hapa Hapa von Papa Napa! Hapa Hapa! Ich bin mir hier. Hapa Hapa! Hapa Hapa? Ich schluss auf den Schein. Ich schluss auf den Schein. Wenn ich ein Eichhörnchen merke, könnte ich den ganzen Tag in der Öffentlichkeit mit meinen Nüssen rumspülen. Willst du auch welche? Nein, danke. Na, ihr kleinen Schlawiner, was macht ihr denn da? So sieht mein Kopfschmerzgesicht aus. Jo, das war das Video. Danke fürs Schauen. Und danke auch an die Leute, die uns bei Patreon unterstützen, wie zum Beispiel... Morouche. Das war schon erschrocken. Oskar? Oskar? Nee. Okay. Micha von lscap.de. Hallo. Max-Christian Potas. Max-Christian Potas. Adrian. Hi. Guten Tag. Nee, ich heiß schon nicht. Ach so. Hans Hansen? Nee. Okay. Dann war es eine Verwechslung. Mach mich jetzt. Okay. Markus, du hattest recht. Willkommen im Video. Oh, guten Tag. Tschüss. Das ist ein Kopf. Nee, danke. Okay. Du kommst auf den Beinen. Du öffnst auf den Beinen. Du öffnst auf den Beinen. Du läst auf den Beinen. Und du läst auf den Beinen. Okay. Okay. Captain Niveau. Wir sinken. Aber nur ein bisschen. Ich hoffe, ihr erwartet kein Video im Stil unserer Gamescom-Videos. Es ist wirklich was ganz anderes, kaum geplantes. Aber zumindest für mich auf seine ganz eigene Art lustig. Wir haben last minute eine Presseakkreditierung für die Venus bekommen. Deswegen hat mir ein bisschen Zeit für einen Masterplan gefehlt. Darum habe ich einfach kurzerhand mein Freund Skotran Kastrati aus Albanien gefragt, ob er nicht einen Beitrag für sein Land machen will, von dem irgendwie keiner genau weiß, wo es liegt. Der war natürlich sofort Feuer und Flamme dafür. Aber seht selbst. Hallo meine Freunde. Mein Name ist Skotran Kastrati. Ich bin aus Albanien und ich möchte alles über die westersexualität herausfinden. Ich bin hier mit meinem Kameramän Triton und ich möchte mit den Pornostarern von der Venus in 2016. Sorry. Hi. Können wir Fragen? Ja, okay. Ich bin Skotran Kastrati aus Albanien. Und das ist Triton, mein Kameramän. Hi. Hi. So. Ich mache ein Dokumentary über die westersexualität und die Sexualität. Und wir machen Informationen für die junge Menschen in unserem Land. Und ich bin eine Kirche. Und ich möchte über die westersexualität wissen. Oh, okay. Du bist eine Kirche? Ja, ich bin eine Kirche. Ich sehe nicht wie eine Kirche. Sorry, aber nicht so viel. Oh, nein. Oh, nein. Nein, nein, nein. 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 In meinem Land hat es eine Tradition, dass man einen Hirsch fährt, die sie und sie zählen und sie zählen und sie zählen. Sie senden den Rabbid zu der Frau und dann sagt sie, sie sind starker Mann, sie können für mich kämpfen. Okay, cool! Würde das auch gut für Sie, wenn ich diesen Rabbid bringe? Ja. Würde es okay für Sie integrieren den Rabbid in den Sex? Du meinst wie ein Pett? Ja. Nein, Pett. So, in meinem Land ist Sex taboo, niemand spricht. Ich weiß das. Aber wir sind jetzt in Deutschland und in Deutschland findet man Sex überall. Ich bin von Albanien und das sieht strange. Die deutsche Mädchen lieben, wenn sie wissen, dass du eine Vierge. Sie lieben? Ja, sie lieben es. Also, wenn ich sage, ich bin ein Vierge, dann sagst du, ich will Sex haben. Nein, nein, nein. Ist das nicht gesund? Hast du eine Infection? Nein. Nein, ich mag wirklich die Flasche. Okay. Und soll ich offen sein und sagen, hey, du siehst sehr schön. Du hast Probleme mit deinem Körper? Ja, sicher. Ich will sie f***? Oder soll ich sagen, hey, ich habe Liebe? Du hast Probleme mit deinem Körper? Ja. Und das ist das, warum du sagst, ich will eine große Breite. Was machst du regelmäßig? Ich mache regelmäßig analsex, public sex. In der Butt? In der Butt, natürlich. In der Supermarkt? Ja. In der Albanien? Aber in Albanien? Du wirst in der Supermarkt, ohne Sex. Ich weiß. Ja. Aber in Deutschland ist es anders. Es ist eine sehr unterschiedliche Frau hier. Oh. Du solltest nicht hier sein. Du bist ein Kind? Ein Kind? Ja. Es gibt zu viele nackere Menschen hier. Es ist nicht gut für Kinder. Du gehst in die Bäume und du wirstst. Und wenn du ihn kassst, dann bringst du ihn zur Frau. Und sie ist der Best. Du denkst, dass es in Deutschland funktioniert? Natürlich. Es funktioniert? Nein, nein. Es funktioniert nicht. Weil wir ein paar Mädchen sind vegetarier. Ah, vegetarier. Vegetarier. Ja, ja. Es gibt viele vegetarier. In Japan. Okay. Es ist ein bisschen trendier. Es ist nicht mein Land. Das ist nicht für Kinder. Nein. Nein. Nein, nicht für Kinder. Also bitte geh nach Hause zu deinen Eltern. Du hast alles Leben in fronte von dir. Nein, für Frauen. Ja, für Frauen. Aber nicht für Kinder. Ich bin Skotran Kastrati. Ich bin Skotran Kastrati. Kannst du mich tanzen? Tanzen? Ja. Nein. Nein. Sie hat mich tanzen. Nein. Sie hat mich tanzen. Ja, runter. Sorry. Kann ich mit dir eine Bildung nehmen? Ich brauche... Das ist von Alabandria. Und es ist für junge Menschen. Ist es okay, wenn du die Jacket wearst? Okay. Ist es zu viel naked? Ja, es ist ein Ding. Sie hat mich tanzen. Ich brauche es. Nein, nein. Das ist nicht gut. Kannst du es halten? Es muss es sich öffnen. Schön. Das ist ein Ding. Ein Mensch. Nein, nein. Ihr seid egal. Buddy, nicht aufhören. Nicht aufhören, Buddy. Mein Vater war in Fabrik und machte die Package. Und irgendwann gab es eine Maschine, und er hatte keinen Job. Und jetzt, die Welt verändert. Hi, ich bin ein kleiner Caprice. Ich bin der Tscheche Republik. Und du? Ich bin von Albania. Albania, okay. Und du benutzt diese Maschine? Meine Frau, ja. Und du hast immer Sex mit ihr? Ja. Ich gehe in die Forreste und schaue Tiere. Okay. Es ist ziemlich beeindruckend für die Frau in unserem Land. Würde es auch für dich? Ich denke, nein. Ich liebe Tiere. Wenn du Tiere für mich töten, ich liebe dich. Okay. Du hast keine Situation mit Ihrer Frau, dass du Sex willst und sie sagt, nein, ich benutze Maschine und nicht du? Nein. Okay. Interessant. Ich und viele von der Zuschauer sind virgin. Wie gesagt. hast du irgendwelche Tipps? Für die erste Mal? Kann ich mich stärker sein und sagen, komm her, komm her, komm her, komm her? Ich meine, ich muss sagen, die Frau für mich. Ich liebe es, wenn du sagst, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Okay. Okay. What's the most crazy thing you did in your sex life? So. Many people. Many people at the same time. Yeah. But you get disease and diet. What? Do you think it's better fast or like strong? I mean, if you are virgin. Yes. It's difficult to say because maybe you make two times and then you are coming. Okay. It's up to you actually in this moment. Okay. I heard, it's a fantasy of a western woman to get raped sometimes. Yes, it's true. It's true. It's true. I like if I watch it on the porn. Okay. She said she likes it in the butthole. Yeah. And there's a snow go in our country. But what do you think? Yeah. I mean, when you like it, it's nice. I do it sometimes also. And do you enjoy it? Yeah. I do. But it's dirty. It's not dirty. You have to be clean. You have to clean your butt before you do this kind of sex. Crazy. Can I see the butthole? Maybe when you go in her room and chat with her. I need to go in the room. Yes. 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 Just me and ten boys around me and fuck me in my pussy in my anal, fuck my mouth. In the anal too? Yes. Later, when you put on these glasses, you can see the girl and can chat with her. Okay. And then I see the butthole. You can tell her, oh baby, I want to see your butthole. Okay. This is a movie for promotion. And later... No butthole. No butthole. But later, you can see her butthole when you come in her... Or what later? Now. When you come to... No butthole. No butthole. No butthole. No butthole. No butthole. How should I approach a girl and say, Hey, you look good. I want your anal. What? I never say this like this. Some girls, few girls, make a... Whatthole? Make a VR view broadcast and you can look at this and you can chat with her. You can tell her what you want to see. No talking, woman. No talking. No talking. No, no, no. I want to see butthole. He has to impress you first. He has to impress a small lamb. Maybe I can impress you. Wait. Can you do it for me? No. It's only a promotion we do. Okay. No butthole and promotion. No. You take my virginity. Perfect. In the ass. In the ass. In the ass. High five. Yeah. Awesome. In my country, when you have wife, it's like the highest level of intimidation is when you hurt yourself as a man and then you use the blood and use it as a, you know, to make it wet and slippery. Really? Yeah. From which country you come, please? Albania? Albania, yes. Are you joking? No, no. It's the highest level of connection between the people. Okay. I'm happy I'm from Czech Republic, but it's not a way how to get a woman happy actually. So that's not for you? No. Okay, I don't know. No way. No way. No way. Okay. Good evening, guys. Thank you. Thank you for that. You are welcome. Yes. So that's how to get a gun right away. We're making a gun right away. That's how great you have been here. You can tell me in the way. I don't know if you can try it. So. Und jetzt könnt ihr das so hier dran halten. Alright, what's that? Lie? Left. Ich weiß nicht, was das heißt. Trolling Singer! Ich weiß nicht, es klingt lustig, aber es ist wahr. Ich weiß nicht, es klingt lustig, aber es ist wahr. Okay, und dann sagst du mir, was ich machen soll. Hallo von der anderen Seite. Ich muss dich ein tausend Mal. Hallo, Manni. Du bist ganz frei. Ja, jetzt komme ich dran. Okay. 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 I'm a burning FG of everything I used to be. You're my rock of empathy, my dear. So come on, let me entertain you. It's taking me higher, higher. It's taking me higher, higher. It's taking me higher, higher, higher off the ground. And after all, you're my wonder world. Come on, baby, let's do the twist. Take me by my little hand and go like this. Ne, linke hand auf Brot. Ach, nicht. Linke hand auf Brot. Ach, nicht. Ach, nicht. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Think about it every night and day. But now we need to fly away. I believe I can fly. Baby. Happily! Happy night. I believe I can fly. Happy night, schoo-skooise! Wake me up, before you go, go. Because I'm not planning on going solo You're going? See the idiot walk See the idiot talk See the idiot chuck up his name on the blackboard Horst Do you know Horst? No That's the wrong one No When I ran I ran so far away I just ran I ran all night and day Just couldn't get away I'm calling you Calling, calling I'm calling Nils I'm calling Calling I'm calling Heute geht's Heute geht's Heute geht's Heute geht's Aber erst, lass mich ein Selfie WAKE UP! Grab a brush and put a little make up! Shake up! Make up! Wake up! Yeah, that's how I'm talking. I'm talking. I'm talking. I'm talking. I'm talking. I'm talking. Hey! Come on, feel the noise! Oh! 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 Girls, rock your boys! Oh! Oh! We get wild, wild, wild. Oh! And you don't! Oh! No! Come on, feel the noise! Oh! I want to hug you boys! I want to hug you boys! I want to hug you! 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 Thank you! So, you Sweeties! Ich hoffe, das Video bis hierhin war wunderwunderschön. Jetzt kommen die Danksagungen an die Patreon-Leute und Kalle hat heute spontan keine Gitarre in Berlin gefunden, deswegen mache ich das jetzt zu eurem Leidwesen. Hallo, ich bin der Überraschungsgast. Kannst du das hier einmal kurz für mich halten? Aber das Brautpaar ist noch nicht da. Ja, aber das ist für euch jetzt. Wolfgang S. und Rainbow Def, Alucard und Fabian Kahn. Jonathan Lof und Haslau, Dirk Dunf und Jasper Haar. Ich hoffe, ihr schämt euch jetzt und ihr seid euch am Genieren. Weil wegen euch die Ohren unserer Frau jetzt gleich implodieren. Ihr spendet auf Patreon und das sind wirklich lieb. Von dem Geld kaufe ich jetzt meinen Freunden allen, dass die Wagen nie brennt. Dankeschön. Danke. 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 LA 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 longa David N. E. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020